Wie geht denn das? Die sind mitte durchgekommen! Wie kann, bitteschön, wie... Mir platzt echt gleich ein Sack, äh, ein Sack. Mir platzten gleich einige meiner Säcke. Das ist doch ne Frechheit. Die sind von mitte durchgekommen. Ich hab nur den Molly eben gesehen und dachte, Moment mal, da steht kein Feind und trotzdem, trotzdem wirft da einer, äh, hä?